Müller? Im Ernst? Warum denn Müller? Warum denn nicht Müller? Du hast dieses Zimmer vor vier Wochen gebucht, oder? Damals halt, als du angedeutet hast, dass wir eventuell... Und womit hast du die Buchung gezahlt? Mit der Kreditkarte. So, die wissen also, dass du nicht Herr Müller bist. Aber es geht doch nicht darum, dass die beim Hotel... Es geht mehr um erotische Spannung. Verstehst du? Du und ich, Luxushotel, heimlich. Naja, so in der Art. Das ist interessant. Und bei der Auswahl an erotischen Namen bist du dann auf Müller gekommen? Ja, weißt du, das junge Paar, das sich zum ersten Mal traut, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Wir sind zusammen über 120 Jahre alt, also so taufrisch sind wir ja nun auch nicht mehr, oder? Okay.